Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr merkt, vielleicht hört man am Ton, ist ein wenig windig. Ist allerdings nicht so schlimm. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass es nicht anfängt zu regnen. Das ist ein bisschen doof. Ihr merkt schon, ich habe hier ein bisschen was dickeres an. Ist nicht gerade kalt, aber auch nicht gerade sommerlich warm. Wie ihr euch wieder seht, ich bin hier mal wieder an der Straße. Und wie ihr es euch wahrscheinlich schon erahnen könnt, bin ich wieder mit dem Dark Shadow, der allerdings einen anderen Kanal hat. Und zwar den Whizzy YouTube, den ich natürlich verlinken werde. Der wird mit mir heute ins Schwimmbad gehen. Und zwar werden wir heute in einem Teil das Hin und Rückfahren. Plus eben die einzelnen Videoausschnitte. Heißt das jetzt nicht wieder wie im letzten Mal in zwei Videos aufteilen, sondern das jetzt in einem Video machen. Ich würde sagen, wir treffen uns, wenn wir da sind. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ich bin jetzt hier im Schwimmbad angekommen und wir wollen ihn präsentieren. Wir wollen ihn präsentieren. Wie geht's dir heute? Ja, gut. Das ist nicht so gut. Und jetzt ab. Entschuldigung. Dann würde ich sagen, guckt euch die Szenen an und wir spielen. Das ist nicht so gut. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2018 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, endlich zu Hause angekommen, machen wir wieder was, wir machen, ja warte, hm, Wochenende ist Livestream, auf Twitch und auf YouTube wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nur auf YouTube, von mir halt, weiß nicht ob er mit Livestreamt, ich weiß noch nicht was ich Livestreame, also doch, ich weiß schon, ich werde zwar was noch nicht sagen, und ja, dann würde ich sagen, danke Michael Farody, gebe ich das Wort wieder an. Also das in dem Livestream finde ich eine gute Idee, da werde ich wahrscheinlich auch gucken, ob ich dabei sein kann, will ich mal gucken, wird sich wahrscheinlich noch regeln, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video, viel Spaß beim YouTube gucken und tschüss.